ELEKTRISCHER REPORTER Heute beim elektrischen Reporter Liebe, Eiswasser und eigentlich müsste ich Sex sagen, nicht Liebe. Ach, Liebe machen ist irgendwie so ein tantiger Begriff für Sex. Heute beim elektrischen Reporter Spielifikation Dingens. Das können wir aber besser, Herr Sixtus. Spielifikation. Boah, fucking fuck, ey. Trotz Online-Banking und Banken-Apps auf... Wups, fürs Smartphone. Menschenfremdartige Wahrnehmung, so die Erlebniswelt. Trotz Online-Banking und Banken-Apps für Smartphone. Smartphone-Tweets von Politikern. Doch langsam könnte es etwas werden. Seltene Krankheit, nicht seltsame Krankheit. Sie haben aber eine seltsame Krankheit. Das Netz ermöglicht nicht nur bequeme Begegnungen. Das kann ich aber echt auch noch flüssiger. Äh, die Gelddienstleistung. Man soll nie mehr mit den Digitalen sein. Uff. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen die... Äh, Dingens da. Ich hab's erst 115 Mal gesagt. Ich hab's. Äh, das ist ja auch. 코로나 Korbast. Porqueıyorum. nocate. Deine. Äh,'ve. Säher. Wich,至ror.